er hat uns vorhin den arsch gerettet und im moment haben wir nur ihn platzschatz gemacht hey hier ich glaube ich weiß wie wir herauskommen ja wie soll denn da hinkommen muss liegen müssen die dies machen vielleicht macht was ihr zweihalt abstand geht da haltet euch an mich vorwärts sandhaufen eine spur von gold ja ich sehe gar nichts durch den rauch los runter vielleicht ist er verletzt auf die frage was der von den neuen gesicht anhalte hat ein dabei seht mal zeichen der revolution ein scheiß drück ist das möglich der karl ist schon zu lange tot oh mein gott wer zum teufel macht so was darüber will ich jetzt lieber gar nicht nachdenken achtung soldaten 12 uhr sind wir entdeckt noch nicht das haben sie mit ihr gemacht ist das so schlimm gut ist das sicher nicht ich sehe nicht doch noch zum laufen das lässt sich ihnen in die wachstatt zu stemmen ich bin mechaniker kein zauberer scheiße ich sag dir was wenn schnitzel ist ja die panzerung reicht für vier bis fünf hammer können wir gut brauchen von wie aus heute soll jeder ein plünderer hörst du das scheiße vorsicht kontakt dann gehen wir mal zu der roten karriere die schaut nicht so schlecht aus ich sehe nix ein ist dort das war es oder ne? ne welchen scheiß Bus, der lebt noch ey ey, wer ist denn die Sau? ey, wo war denn der bitte? da war du nix ey, da fragst du du wirklich kein Schwanz war da echte, von wo bitte? und dann alle von vorne ey, schon mal was vom Zwischenspeichern gehört Game noch nicht oh, fertig ich lade nach aufpassen, da kommt eine Schrotwende noch mehr über die Absperrung immer noch mehr über die Barrikade wir müssen weg Feind rückt vor feuer rücke vor ich glaube das rote Hop2 ist die optimale Deckung feind ohne Deckung da kommt noch mehr da kommt noch mehr wer ist hin? auf mein Zeichen beweg doch scheiße, scheiße, scheiße nach rechts verlegen immerhin haben wir genug Muni hier feind bewegt sich feind kommt aus der Deckung wenn man das nicht dann oh ja ja äh sch sch vorsicht beiden nähert sich die das Eliminiert! Scheiße, die Kerle gibt nicht nach! Shit! Schwer, das ist ein Geldbus! Lade nach! Welchen Bus bitte? Da oder wo? Das ist kein Bus, Jungs! Wir müssen den Schützen ausschalten! Einer weniger! Schütze ausgeschaltet! Da hinten ist er! Er muss nur ein bisschen vor! Boah, die labern die ganze Zeit! Da, meine Straßenchef! Ländgranate rein! Er ist ungedeckt! Lägt die Luft! Ländgranate! Schenko erledigt! Röcke vor! Oh, Entschuldigung, das war die... Oh, sorry! Fläpp'n Feuer! Oh, du lebst denn noch? Hallo! Hallo, Jungs! Halt, bewegt sich! Vorsicht! Er kommt aus dem Deckung! Mit was? Leo muss nachladen! Geh raus! Geh raus! Er will nicht rausgehen! Geil! Finde ich geil! Kann man rundherum vielleicht! Oder... Nee, kann man auch nicht! Ja, wie soll denn da durchkommen, wenn der Trottel nicht rausgeht? Ah, hier! Unterwegs! Nein, du bist ungeweckt! Wir halten in der Trottel! Feind ausgeschaltet! Weg ist er! Weg ist er! So macht es der Pro! Oh, die KI ist so sensationell hier! Oh la la la! Die wollen mir einen Fuß fassen! Hey, Arschgesicht! Die 33. Soll sich zurückhalten! Das hilft doch niemandem! Sorry, aber ich gehorche einer höheren Macht als Ihnen, Captain Walker! Ah, jetzt erinnern Sie sich an mich! Allerdings, ja! Und ich bin nicht der Einzige! Und das für ein Scheiß hier! Man kann es nicht als Sturm bezeichnen! Ich kenne keinen Sturm, der einem Auto den Lack runterbläst! Es ist Sand, der mit hundert Sachen angeschossen kommt! Der Glas zerschmettert, die Haut zerfetzt und die Lunge verstopft! Selbst die von uns, die überlebt haben, haben nur noch das, was sie am Leib tragen! Die 33. kontrolliert die schmalen Wasservorräte! Einige Zivilisten wollten sich gestern mit Gewalt Wasser holen! Der Colonel hat sie erschießen lassen! Ich wollte mich zwingen, zuzusehen, aber sie wollten nur am Leben bleiben! Aber hätten sie Erfolg gehabt, wären noch mehr gestorben! Ich weiß nicht, wie es ist, die Erschießung von Leuten anzuordnen, die man beschützen soll! Aber Conrad weiß es! Und er redet im Moment mit keine mehr! Tja, Arschkade, würde ich sagen! Gehen wir weiter! Locker, zäckig, fluckig, geht es weiter! Schöner Gang hier! Oh Gott! Gut führte bewaffnete Plünderer gegen ausgebildete Soldaten! Er wusste nicht, dass das passiert! Vielleicht war es die Verluste wert! Stinkt hier, der... Alter, was für eine Leichenparty! Was ist denn mit dir los? Oh, der lebt noch! Los bei dem! Wartet mal! Riecht dir das? Machst du Witze? Wir stehen hier knietief in Leichen, klar riech ich das! Nein, nicht das! Wtf? 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 Was denn stimmt! Alter, hier geht's ab. Alter. Bei denen geht's ja ab. Beweisen Sie mir, dass es so ist. Nein, ich hab nichts getan. Wenn ich's nicht besser wüsste, würde ich sie für Narren halten oder Lebensmittel. Ich meine, wenn jemand das Gate frontal angreift. Ich glaube, Ihr kleiner Angriff war nur ein Ablenkungsmanöver, um Ihrem Partner Agent Riggs zu helfen. Sagen Sie mir, wo er ist. Okay, der Nächste. Langsam. Wir müssen das Treffer angehen. Okay. Gold ist da und ich hab freie Sicht. Wenn wir jetzt feuern, sterben diese Zivilisten. Bedeutet dir das nichts? Los. Nein, 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 nein. Nein. Scheiß drauf. Ich schalte ihn aus. Warte den Befehl ab. Du, übernimmst den Rest. Die hat sich hinter sich. Ja, Sir. Immer nachschweigsam, Agent. Wenn Sie kapieren würden, was Sie diesen Menschen angetan haben. Bringt ihn her. Walker, hier drüben. Wir müssen die Zivilisten retten. Das ist unsere Chance, Walker. Wir haben freie Bahn zu Gould. Was ist mit den Zivilisten? Wir müssen sie retten. Ich weiß, es ist zum Kotzen, aber Gould ist wichtig für unsere Mission. Die Zivilisten nicht. Unsere Mission heißt Menschen retten. Bitte, Käpt'n. Wir brauchen Gould. Lass mich schießen. Wir dürfen diese Menschen nicht sterben lassen, Walker. Du weißt, dass ich recht habe. Fängt an. Ich würde sagen, wir legen ihn um. Bom, bom, bom. So geht das. Das ist backen. Irgendwie ist ein Drecksniper. Alles klärchen, alles klärchen. Scheiß, Sniper. Also warten ist schon mal nicht gut. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sie vernarrn. Das haben wir schon. Mal überspringen. So, du kleinen Pistar. Wir müssen Gould retten. Scheiße. Wir kriegen Besuch. Adams, los, komm. Lugo, beschützt Gould. Alles klar. Beschützt Sie. Wo ist der Drecksniper? Boah, was ist denn das für ein Typ? Alter, den kann man nicht töten. Wir sollen ihn nicht töten. Vorsicht, Kanate. Wir sollen ihn nicht töten. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe. Tschüss. 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018